Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till, bekannt von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Richtig. Und wir reden heute über den 3. November und am 3. November haben wir ein berühmtes Geburtstagskind und das berühmte Geburtstagskind ist Charles Bronsen, kennst du, kennst du, Charles Bronsen? Charles Bronsen kenn ich. Ist geboren 1921 am 3. November und ist gestorben am 30. August 2003. Ein Mann sieht rot. Ein Mann sieht rot, spielen wir das Lied vom Tod, hat er gemacht. Auch das, ja. Ja, also ich fand den eigentlich ganz cool. Also der hat natürlich immer so Actionfilme gemacht und so im Käse. Ja, war ein harter Typ. Aber in den Filmen, die er gemacht hat, war er eigentlich ein ganz cooler. Ja. Also spielen wir das Lied vom Tod. Weil die Harmonika war er ja. Genau. Weiter. Jedenfalls Charles Bronsen, ich hätte jetzt fast gesagt Happy Birthday, aber der kriegt's ja nicht mehr mit. Der kriegt's nicht mehr mit. Der kriegt's nicht mehr mit. Ja, was kriegst du eigentlich noch mit, sag mal, Charles? Nichts, nichts. Am 3. November ist aber auch was gewesen. Der erste deutsche Werbespot 1956. Warte mal, das war, äh, warte mal, warte mal. Ja, ja, komm. Er war live dabei. Äh, nee, nee, weiß ich nicht live. Das war, war das Waschmittel? Richtig. Äh, Persil. Genau. Ja. Und es ging um ein Schlossgespenst, dessen Laken quasi mit Persil gewaschen wurde. Ach so. Ja. Das war alles noch in Schwarz-Weiß wahrscheinlich, oder? Ich glaub, ich hab das mal irgendwie letztens gesehen. Und hat man damals im Schwarz-Weiß-Fernsehen auch schon für Farbwaschmittel, also für Buntwaschmittel Werbung gemacht? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Es ist eine beschissene Frage. Nee, das ist keine beschissene Frage. Weil, überleg mal, wenn die heute dann so ein buntes Hemd rausziehen und kräftige Farben. So, und jetzt mach das mal in Schwarz-Weiß. So. Kräftige Grottöne. Nee, das haben sie wahrscheinlich nicht sagen können, weil die Werbung dann nicht funktioniert. Ja. Das ist ja Käse. Die haben nur gesagt, sauber. Guck mal an, sauber. Sauber. So, fertig. Das konnte ich nicht sagen. Auch für Buntwäsche. Hier, guck mal, das strahlende helle Blau, was ja im Dings da irgendwie... Grau ist. Grau ist. Ja. Ja, Käse. Auf jeden Fall am 3. November, pass auf, 625. Das ist schon ein paar Takte her. 625. Vor oder nach? Nach? Nach. Christus. Ja. Aus dem Fakt, er schließt sich auch, dass es nach sein musste, beginnt das Pontifikat von Papst Honorius I. Muss ja danach gewesen sein. Sonst Käse, ne? Ja. Ja, so. Also das Pontifikat von Papst Honorius I. beginnt am 3. November 625. Okay, und was hat er Besonderes gemacht? Der war Papst. Ah. Noch was? Der hat bestimmt, äh, auch einige, ne, das haben die ja so gemacht damals. Ja, und damals... Damals waren die ja radikal. Richtig. Es gab ja auch mal eine Zeit, da gab es auch zwei Päpste. Ja. Gleichzeitig. Und es gab auch Frauen, die waren Päpste damals noch. Oströmisches Reich und Weströmisches Reich. Nein, das waren die Kaiser. Ne. Ne. Vergess das. Ja. Ich schaue nur in meine Augen. Ja, genau. Ja. Das war der 3. November. Am 3. November haben wir ganz viele tolle Fakten gehört, aber auch viel Blödsinn vom Till. Macht ja nichts. Kann man ja, wenn man ein bisschen intelligent ist, kann man das ja ausblenden. Verstehst du? Ja. Also, rein inhaltlich. Ach so. Als Zuschauer, verstehst du? Egal. Ja. Wir sehen uns morgen wieder am 4. November. Mich nicht. Ne, dich nicht. Genau. Bis raus. Am 4. November sehen wir uns wieder. Bis dahin sag ich, cheerio Miss Sophie. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.